Mit Gesund und Du finden erstmals in der Steiermark-Jugendgesundheitskonferenzen statt. Eigentlich hat mir bis jetzt alles gefallen und ja, es ist ganz cool da. Über dieses Projekt wurden mehr als 200 gesundheitsfördernde Aktivitäten in der ganzen Steiermark ermöglicht. Also ich habe heute ganz besonders super gefunden, das mit dem Fußballspielen, also das da drüben, was auch ganz lustig war, war das Bogen schießen und dass man auch viel ausprobieren konnte, also dass man auch was gekriegt hat zum Essen, also Brötchen oder was zu trinken. Als Abschluss wird eine Jugendgesundheitskonferenz veranstaltet. Diese versteht sich als Marktplatz für gesundheitsfördernde Ideen. Gesundheit ist gut für die Fitness. Ich heiße Julian und Bewegung ist gesund für die Beweglichkeit. Also was mir am besten gefallen hat, ist dieses, ähm, das Tanzen da. Bei dieser Eventreihe können junge Leute Verschiedenes zu den Themen Bewegung, Ernährung und psychische Gesundheit ausprobieren. Gute Informationen machen gesunde Entscheidungen möglich. Ich bin der Patrick und ich finde, dass Gesundheit wichtig ist, weil man einfach gesund bleiben sollte und weil man sonst alle möglichen Krankheiten bekommt und darauf hat eigentlich niemand wirklich Bock. Ich bin der Patrick. Ich bin der Patrick. Ich bin der Patrick. Ich bin der Patrick. Mir ist es sehr wichtig, dass ich mich gesund ernähre, weil ich möchte schlank bleiben und nicht dick werden. Also mir hat es extrem gut gefallen, weil es hat gutes Essen gegeben und es war alles auch gesund und so. Und es war interessant und ja, also mir hat es gut gefallen. Es hat mir sehr gut gefallen, dass es so viele Gesundheitsstände gegeben hat und dass die Gesundheit in Steirern so wichtig ist. Äh, bitte nochmal. Es hat mir sehr gut gefallen, dass es so viele Gesundheitsstände gegeben hat und dass die Gesundheit in Steirern so wichtig ist. Gesund und so ist super. Ich bin der Patrick und der Papa auch mit Bedro질 gerne. Siibernst窄 . Ich bin der Patrick Sperr 2020 da.